yo was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von assassin's creed odyssey so weiter geht's eine neue folge steht an ich versuche dieses rätsel zu lösen ist aber gar nicht so easy so ich kann jetzt mal kurz hier zwischenspeichern weil ich versuche dieses rätsel wirklich zu lösen mit allem was mir zur verfügung steht können das erstmal überspringen ja 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 ich habe schon alles einmal gehört bin ich gar nicht hier nein du beschützt ein gegen ein seel es steht viel auf dem spiel macht die ich schütze ist nichts für willens schwache kippie drei rätsel man muss alles riskieren wenn man nach wissen strebt wenn du klug auf meine fragen antwort ist hast du dich als würdig erwiesen verschlingerin von allen dingen mit flossen beinen oder schwingen am stahl nagt ihr zahn sie kann steine zermahlen bringt könige ins grab und trägt die höchsten berge ab die zeit die natur sagen die zeit wirklich nicht schlecht was des nachts offenbar wenn auch nicht auf geheiß ist des tages verborgen selbst wozu suchen man weiß was war das jetzt nochmal die sterne du bist sehr weise so klein wie dein daumen leicht in der luft hörst mich vielleicht bevor du mich siehst aber da bin ich sicher eine mücke wie vorhersehbar du bist wirklich interessant nun nimm was du gelernt hast und berühre die symbole die deinen antworten entsprechen ich glaube es könnte alles sein aber wo ist denn hier eine mücke das ist ein vogel das ist eine spinne das ist ein fisch sonne ich habe keinen plan wo hier eine mücke ist da ist das hier ich bin tot Oder auch nicht. Wow, wir haben etwas bekommen. Wow, super nice, wir sind noch nicht tot, wir leben. Krasser Scheiß. Geile Nomatico. So, was mache ich jetzt damit? Ist die Frage wiederum? Wir sind auf level 34, ich kann mir erstmal eine Quest geben. Ich weiß sowieso nicht, was ich damit machen soll. To be quite honest. Ich habe gedacht, das bringt mir jede Menge EP ein. Verbessere deinen Speer, können wir machen. Wenn ich meinen Speer verbessere. Bitte, können wir das mal machen kurz. Ich muss ja kurz gucken, was überhaupt gerade ist, auch bei mir auf der Karte. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Schnellreise habe ich gar nicht gemacht, super. Ich habe irgendwo in der Nähe eine Schnellreise durchgezogen. Ich habe irgendwo eine Schnellreise durchgezogen, geil. Wieso habe ich hier nicht eine Schnellreise gemacht? Weil ich jetzt mega weit travel muss. Fünf Kilometer lang. Oh, fuck. Komm mal her. Auf geht's. Oh, ich kann mir so in den Arsch speisen. Aber wenn ich Glück habe, muss ich nicht schwimmen. Wenn ich Pech habe, ja. Ich will den unbedingt verbessern. Fuck's sake. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich mache erstmal hier was. Ohne Witz. Wo ist denn das? Hier mache ich jetzt auf jeden Fall einen rein. Ich habe keinen Bock, ganze Zeit hin und her zu jumpen. Wo ist denn das Ding? Schlimm genug, dass ich jetzt vier Kilometer reiten muss. Deswegen machen wir jetzt mal hier direkt eine Schnellreise. Ach, Leute. Okay. Ja. Wir werden unseren Speer definitiv aufpassen und dann mal schauen, was wir machen. Ich erfinde noch das ein oder andere Holz. Das wäre für mich auch mega wichtig. Da ist jetzt aber, ich muss jetzt nicht... Zeig mal her. Ne, ich kann einfach nicht auf diesem Level bleiben. Sehr gut. So, gib mal ein bisschen Gas hier. Einfach vier Kilometer den Weg gelangen oder muss das passen? Ja, fuck. Vielleicht kriege ich euch da auch noch ein paar IP, damit ich jetzt mal auf 1135 hochkomme. Das wäre für mich auch jetzt nicht ganz so unwichtig. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall auch mit diesem Ort synchronisieren. Ich bin schon richtig unterwegs, ne? Fuck's sake, wieso habe ich mich mit dem kleinen Ort so wirklich synchronisiert? Ich habe auch nie gedacht, dass ich an die Orte hier wieder zurück muss. Bist du schon aus der Puste oder was? Ja, unser Pferd ist aus der Puste. Läuft. Der ist Shortcut. Oder ich muss doch schwimmen. Nein, muss ich nicht. Zum Beispiel, dass ich das nicht so danach rausgehe, müsste ich das tun. Jetzt wieso nur noch ein paar Kilometer. Ach, leck mich. Junge, ich bin schon langsam am Laufen und kommt trotzdem nicht hinter mir her. Traurige Nummer. Fuck. Fuck, ich muss doch schwimmen. Fuck. Ich muss komplett rüber. Oh, Mann. Ist da ein Boot in der Nähe? Ist das ein Schiffstock hier? Alter, war doch gar kein Wasser aufgezeichnet. Oh, Mann. Hier bin ich von dem Schiffstock. Auch irgendwo ist hier ein Schiffstock. Ich fahr lieber mit meiner, ich fahr lieber mit meiner Adresse rüber. Mit meinem Schiff, damit ich weiß, dass ich da ankomme. Ja. Das ist mir wieder komplett aufgeschmissen. Habe ich jetzt aber echt zu auch nicht kommen sehen. So Jungs, wir reisen zwei Kilometer. Mach der denn da ein Nickerchen oder was? Setzen wir Segel! Segel runter! Das wird doch nicht lange dauern, sondern nur zwei Kilometer. Die sich mit dem Boot relativ schnell zurücklegen lassen. Und dann weiß ich nicht was wir danach machen. Danach müssen wir mal schauen was ich tue. Ein paar Quests habe ich ja noch offen. Deswegen wir werden es sehen. Ja, das Schiffstock ist gar nicht, ne? Na wohl doch ist das Boot, Schiffstock. So. Hier sind wir wieder. So. Das ist perfekt. Das ist eine nette Begrüßung. Das willst du nicht. Ja. Das willst du nicht. Ja. Das ist jetzt aber nicht alle hinter mir her, bitte. Einer nach dem anderen reicht mir voll und ganz. Es gab glaube ich nur 6000 Punkte wenn ich mich nicht erinnere. So richtig viele Punkte gab mir das jetzt auch nicht. Wird aber auch nicht dafür sorgen, dass ich auf Level 35 aufsteige. Ich weiß nicht, welche Stufe haben wir dann? Vier oder drei? Ich weiß selbst gerade nicht. Auf jeden Fall wir verbessern das erstmal und dann mal schauen was dabei rauskommt. Schmiede aktiviert, synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Ach. Neue Quests verbessern den Speer. Ich brauche ein weiteres Artefakt, was haben wir denn jetzt, Sperrstufe, was, wir haben 100, 2000, ah fast 35, aber was wir jetzt machen ist mir selbst nicht ganz klar, muss ich zugeben. So wir können mal kurz gucken was wir machen, wenn ich schon mal dabei bin. Wir machen, 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 machen. Das können wir machen. Die Tore von Atlantis, er wartet schon, aber er wartet schon, ist mir zu extrem. Das war auch ein bisschen alles weit, weit weg. 3.000 Kilometer ist nicht so weit, aber ich gehe jetzt ein bisschen, was ist denn das? Was können wir machen, wie weit ist denn das? Ich brauche aber mal gucken auf die Map, weil wir haben sowieso nichts synchronisiert. Oder haben wir irgendwas hier synchronisiert, das wäre immer ein Wunder. Ich habe nie irgendwas synchronisiert, das ist unglaublich. Und das zerstört mich jetzt gerade so ein bisschen. Wenn wir, ähm, ich überlege gerade was wir hin und her, was wir tun. Äh, sie wollen Blut sehen, das war da, ach ja, stimmt's. Ist das relativ in der Nähe zumindest? Kann ich da irgendwie per Schnellreise hin? Ich weiß gerade nicht mal wo das ist, muss ich es begeben. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, ich weiß das nicht. Aber ich habe doch irgendwas in der Nähe, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was ich nie synchronisiert habe, packt mich jetzt. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so krass zwischen den Orten reisen, wie es jetzt der Fall gerade ist. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt unbedingt gerade viel kürzer ist, was ich jetzt mache. Vielleicht muss ich dann bestimmt vier, fünf Kilometer. At least. Ach, es sind nur drei. Dann geht das hier gerade noch so. Ja, das ist jetzt nicht ganz so extrem, aber es ist schon... Gott sei Dank habe ich mich zumindest in Korinth synchronisiert. Jetzt brauche ich keine sieben Kilometer quer durch die Wallachei. So, Papa, brauche ich hier einen Weg. Um nach Korinth, äh, um nach Sparta zurückzukehren. So, wir haben die Olympischen Spiele gewonnen. Wir haben das andere Ding geholt. Das heißt, wir müssen doch eigentlich relativ cool sein mit den Leuten. Rein theoretisch betrachtet. Da ist ein Berg. Ich habe gedacht, da komme ich irgendwie hoch. Ah, there we go. Dann sollte uns 35 gleich entgegenkommen. Komm schon. Ich muss wieder schwimmen. Sehe ich das richtig? Nein, normalerweise nicht. Normalerweise müsste ich da so durchkommen. Können sie auch hier mal kurz synchronisieren. Wir machen jetzt viele Sachen nebenbei. Große Synchronisierungsgeschichte. Was ist das eigentlich? Also mal ganz kurz einen Blick auf die Map jetzt mir verraten, was das ist. Der Tod ereilt uns alle. Das machen wir mal kurz. Das machen wir mal. Ich bin mal gespannt, was das sein soll. Wenn wir schon mal hier unterwegs sind, können wir das auch mal ganz schnell machen. Eine Mission, die mir ein paar Levelpunkte bringen wird. Was auch immer das sein wird am Ende des Tages. Kann ich da so rum? Ja, kann ich. Das ist mir erst erzählen, du kommst nicht durch die Tür da durch. Gut, dann kommst du heute nicht durch die Tür durch. So, was haben wir denn hier? Bitte hilf mir. Beruhige dich. Was ist passiert? Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und deine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnimmt, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte. Ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Tu ich doch. Ich finde deinen Mann, die Räuber. Der Tod erhalten alle. So. Du musst aber den dafür hin. Ah, 100 Meter geradeaus. Läuft. Wie schwer kann das schon werden für uns? Oh. Ich würde sagen, that is fuck. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krüses. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Jetzt ist Schluss, Krüses. Heute stirbst du für alles, was du meiner Familie antatest. Ich röse meine Schwester. Nun gut. Wenn du ein Vertreter des Chaos sein willst, wenn du ein Mörder sein willst, dann Mordekin. Du hättest dich mir anschließen können. Wir hätten Gemeinschaft über die Welt geherrscht. Stirb für mich. Ja! 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 Ich werde nicht ruhen, bis der letzte Kultist mein Speer geschmeckt hat. Ihr werdet aus der Geschichte getilgt. Ich lasche euch aus. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Grüße, da ist Herr. 35 kommt? Ja, nicht. Okay. So what? Das hätte klappen können. Wie sieht es eigentlich aus mit den Kultisten da? So viele sind es auch nicht mehr, ne? Können wir das schon enthüllen? Ne, ne? Ne, noch nicht. Können wir das schon enthüllen? Das ist Level 50. Ja, hier einige Kultisten sind echt schon tot. Aber so 3 haben wir noch am Leben. Was ist das hier eigentlich? 32. 32. Ja, die können wir alles später mal machen. Ist kein Problem. So, aber wir haben zu tun. Wissen Sie was, liebe Leute? Ich mach mal hier einen Folgenberg bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Ja. 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 Ja.